This is Captain Mahmoud. We are determined. We just need to refuel. Hauptlandebahn ist dicht. Die Notlandebahn auch? Flugvorfeld auch. Der Sandstreifen für die zwei Landebahnen. Das ist die einzige Möglichkeit. Go for it. Ja? Gabi, wir haben eine Crashlandung vor uns. Kümmer dich um die Wasser hier. Verstanden. What's happened? Ich fühle es aus. Flugzeit vier bis fünf Minuten. Ich spreche der Kapitän. Wir haben eine Notlandung vor uns. Meine Damen und Herren, wir bereiten uns jetzt auf die bevorstehenden Notlande. Schleiden Sie bitte Ihre Brillen her. Geben Sie raus und nehmen Sie spitze Gegenstände aus Ihren Taschen. Wir sehen hier. Bitte folgen Sie die Sicherheitsposition ein. This is LH-181 for Aiden Tower. We are a hijacked German airplane. This is an emergency case. We don't have enough fuel to reach another airport. You are not allowed to land at airport. We are going to land now, even if you shoot us. Kevin Crew, ready for touchdown. Take a seat, sir. It's quite dangerous. Take a seat. It's a bomb. Fasten your seatbelt. Das ist so wahnsinnig. Der Sprit ist aus. Das ist mir scheißegal. Der soll sich anfangen. Der fiegt mir sonst auf die Gashebel. Das ist gut. Das ist gut. Ich schau dir. Ich schau dir. Ich schau dir. Ich schau dir. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Has ist das? Was ist das? Weiss!